Bin ich mal gespannt, ob die erste Runde jetzt auch so startet oder nicht. Wie will sie? Geht doch mal an, mal gern mit dem vierten gute Nudelstern da wieder. Ja. Lang. Ja, einer Short. Was ist dein Kuh? Ja, ich hab LVP noch. Der Fulang ist in Library. Hast du dir einen Short, wenn der Kuh ist? Habt ihr einen Fulang? Ja, gut. Ist der wieder so gut, oder? Ja, Bombe liegt da, oder? Ich hab echt der LVP auf mir, muss nicht mehr viel zählen. Ja. Ich geh da rauf. Ja, er ist lang. Er will aber nicht, ich nehme lieber den Boxfight. 2 HP hab ich noch. Ja, gern, bleib hinten. Pick einfach erst, wenn ich einschiess. Oh, der Pick lieber short, hebe mir den Rücken frei. Er ist immer noch lang, ganz hinter. Ja. Ja. Er muss einen Spide töten. Also versteck dich lieber. Wenn er die töten hat. Ich re-loade kann. Ich hab nur ein Glock-Buddy. Warum hat er sich jetzt versteckt? Kepler gesehen. Ja, für Licht. Ja. Wenn er noch ein paar HP hat und aber Kepler nicht wirklich am Arsch gekriegt hat. Stimmt. Ich hab noch nie einen Fizz-Ground im Wingman-Krona. Wo andere für die Gegner überlebt wird. Ich glaube auch nicht. Mach 10. wo andere für die Gegner sein viele zu tun ist. Boah, ist das so? Oh der ist lang schon, er gibt mal, er gibt mal voll der ist one spot Was hast du kit? Was? Ja, kann schon, ja, krass Okay, sorry Häng weg, häng weg, ich habe nur einen Film Nee, er ist low, er ist low Ah, ihr hättet schnell der Schüsse Und er ist schon pre-findet im Taktico Irgendwas in ihrem Spawn-Click hat da die ganze, jetzt in irgendwas in Wo die ganze Chap oder ich weiß nicht, was es war Das ist ja ein Decoy, weil der eine von mir ein B-Song hat, das glaube ich Ja, aber die macht nicht so schnell Ja, der Mac-10 ist das, was er an der macht Bei mir weiß ich, von Bug, die hat durchgehend Ja, das ist bei mir schon Naja, keine Waffe schießt so schnell Ja so, schon wieder Ja, eine ist lang Eine ist schaub, hinterm Laster Ja Der zweite ist auch schaub Ja, der ist mit der Nature um die Decke gelaufen Und Talulanko wieder Okay Nei, lass mal schauen Nei, ist das nervig Was? Ja, es tickt die ganze Zeit, wenn ich am Spawn Ja, das kann ich nicht Nei, das kann ich nicht Doch, ist ein Bug leer Doch, ist ein Bug leer Nei, das kann ich nicht Nein Nein Überhaupt voll flasht Flasht oben im Backkneed John, Blippe Ich mache die Waffe Waffe Wir machen Waffe Wir haben Ja, die hauen da Decoys zwischen die Pfosten von dem Glender hinein und das macht die ganze Zitzer Geräusche. Die meinen dann, dass man ihre Steps weniger hört, weißt? Mhm. Ich bin im Weg nicht runter, gell? Mhm. Ich bin im Weg nicht. Ja, ich bin nicht mehr auf dem Weg. Ich bin nicht mehr auf der Flucht, die ist auf lang. Auf Nudelhöhe Ziele ist halt scheisse, nicht? Nuhuhuhu Hihihi Gute, alte, so, ok Oder der gute alte Langrush, kümmer auf Er hat Langsander Ok, komm mal Lang Gute, weil Hast schon ein guter Reha gehabt, weil auf Schadweer Ah, der ist schon irgendwo links Ich hab gar nicht genau gesehen, wo der war Schadweer Nade Geht weiter Hier lang sind sie meistens gleich Und können lieber mit Käffler rein Weil sie Wannen auf Long Distance We kill them all Flashback Aua Ah, der eine ist unspottet links Und dann rechts im Pit Gernade out Spock Wahrscheinlich zur Long Range in die Peek Mit der Jaleel Ah, jetzt Aua Pusht der du Pusht der du Diegelrunde mal oder Tag 9 rushen wir wieder lang Ja Naja Moment Schad Naja Fick mich Ah Shit Ah Es hat so Es hat sich lakert als ob du hinter mir kommst und sonst wäre ich nicht weitergegangen Ja Ich hab abgebremst Ich hab abgebremst in der Bögen gesehen Ich hab abgebremst in der Bögen gesehen Puzi Junge Er liess gerade nach, was das für eine Waffe ist, weil ich es im Glauben noch nie gesehen habe Ehm Sollen wir uns einmal abwarten Ja 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 In der Mitte Cross nochmal Let's go Ja Der Miner ist da links in die Ecke gegangen Dahinter was? Ja 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 Nice Guck's ane Ah ne Ich hab schon auch gesmoked Ich komm voll an Ich geh in die Apartment kurz kurz weiter Ja Zuerst mal wenn du ready bist zum Peak Ja Bin ready Ok Witzig Ja Ich bin ready Er ist im App-Stinner Ich kann keinen Plan Witzig 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 Rednetze wird nach links schau, sieht man die Waffe voll. Natürlich muss er nur klatschen. Aber wenn der Alarm kommt, den rennen wir schnell durchkommen, holen den. Sollen wir lang wieder gehen oder sind wir Short Retour? Short Retour kann man auch. Der probiert mich immer klitzern Backdown, immer gerade in die andere Richtung. Warte mal, ich komme weg. Ich glaube er ist im Ding. Ich ziehe nichts, ich ziehe nicht. Er ist lang, er ist lang, er ist lang. Ich ziehe schon. Hast du in die Mitte Steppen gehört? Ja und dann ist er wieder zurückgerannt. Er hat zurückgelaufen. Das ist immer der Gliedpenner, der klatscht. Gehen wir nochmal lang. Und dann müssen wir uns aufteilen. Das geht nicht. Was? Ich flasche da. Jetzt pusht er natürlich. Und dann wird es gut. Was? Ich bin es für ein Ausland. Ich bin es für ein Ausland. Und dann ist es dazu. Wir machen das noch nicht eine Ausland. Wir sehen uns über die Ausland. Es gibt uns über die Ausland, aber wir sehen uns bei uns halt. Und dann schauen wir uns. Ah, come on. Ah, I have no idea. Immer der Gluck. Er rennt da sogar nicht entgegen. Es waren nur 5 Sekunden. Und die Bombe ist in der Mitte gelegen. Wir müssen abwarten in der Mitte jetzt. Ja, I have a man running edge, okay. Andere ist in der Mitte. No plan. Er ist lang. Ja, er versteckt dich. Oh, okay. Er ist lang. Ja, ich finde, dass Sie mit einemlaufenen werden. Ja, ich würde mir das machen. Ja. Ja. Wollen Sie wieder auf? Ja. 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 Und jetzt wenn ich nade, dann nicht mehr. Hm. Hatschaufpass, ja. Ah, ja! Er weiß genau, wo ich stand. Er war Treppe. Er hat gehört, dass du da bist. Sonst halt, vorne. Nice, war nicht schon ein blöder Klatsch. Puh. Letzt zwei Runden haben wir noch gut gespielt. Bis zum nächsten Mal.